Pamela Anderson heiratet den Ex von Paris Hilton. Das kommt davon, wenn man seine Partner bei den anonymen Alkoholikern sucht. Ein Ex-Mitarbeiter hat jetzt ein Buch über Karl Lagerfeld geschrieben. Daran enthüllt er, dass Karl Lagerfeld Kate Moss als Lesezeichen benutzt hat. Eine Berliner Polizistin wurde mit 3,8 Promille erwischt. Sie hat aber nichts getrunken. Sie wurde nur von Martin Semmelrocke bei einer Verkehrskontrolle angehaucht. Mallorca wurde letzte Woche von einem schweren Unwetter heimgesucht. Die halbe Insel war verwüstet. So schwere Schäden hatte es auf der Insel zuletzt gegeben, als 1998 der Bottropper Kegelklok alle neuner aus dem Oberbayern geworfen wurde.